Mit welchem Tier würdet ihr euch so charakterlich oder so was, so aus dem Bauch heraus am ehesten assoziieren? Ich bin ein Faultier, ne? So richtig Ü40, Leute. Ich bin ein klassisches Faultier. Ich wäre, ja, so ein Hund, finde ich gut. Ja, du bist so ein Labrador. Ich bin so ein Golden Retriever. Ja, warte, also ich wäre als Tier, sag mal. Also manchmal sehe ich ein Bild von dir und dann denke ich, du siehst schon ein bisschen aus wie so eine Robbe. Du hast so eine sehr runde Gesichtsform. Jorik ist irgendwas Offensichtliches, aber es fällt mir nicht ein. Du bist eigentlich ein Bison, Jorik. Ja, oh ja, da ist es doch. Jetzt brauchen wir noch Sebo. Was ist Sebo? Ne, Auster oder so. Ne, Auster! Okay, was ist Marvin? Ein Golden Retriever. Ja, nicht was du selber sagst. Nein, aber es ist offensichtlich. Du bist echt ein Hund einfach. Du bist einfach ein Hund, Digga, das war klar, von Anfang an.